Jo Leute was geht, willkommen zurück zu Dead Space Remake. Wir machen heute eine neue Trophäe, lasst gerne mal ein Deutchen hoch oder auch ein Abo, da würde mich riesig freuen. Und zwar machen wir heute die Schießstand Trophäe Front to Boards Enemy und die machen wir heute und zwar müsst ihr die auf jeden Fall in Kapitel 8 machen. Wenn ihr diese verpasst in Kapitel 8, könnt ihr dahin nicht mehr zurückkehren und deswegen solltet ihr die auf jeden Fall erledigen. Ja Trophäe ist an sich auch nicht sonderlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Wir gehen einfach weiter in Kapitel 8, bis wir hier an den Schießstand kommen und in den Schießstand gehen wir einmal rein, den finden wir hier und müssen da quasi alle Gegner blatt machen. Hier nochmal, ich zeige es nochmal, Schießstand, ganz einfach zu finden, kann man eigentlich auch nicht verpassen, hinten sind noch ein paar Spinde, die müssen wir natürlich auch öffnen und wir sind auf der Karte hier aktuell. Ja, hier können wir in den Schießstand rein und können diese Trophäe dann holen, die Mission erledigen und vor allem bekommen wir dann auch die Spinde hinten auf, sobald wir diesen Schießstand überlebt haben. Das Ding ist, ihr müsst da einfach nur überleben. Ihr müsst jetzt nicht hier diese Targets abschießen oder hier die einzelnen, ja besonders schnell sein, um da irgendwie Punkte zu holen. Ihr müsst den einfach nur überleben, das heißt es kommt gleich irgendwie eine Welle an Gegnern, die macht ihr alle platt und sobald ihr hier drin alle Gegner erledigt habt, bekommt ihr auch sofort die Trophäe dann gutgeschrieben und habt das dann somit geschafft. Ja und das war es eigentlich auch schon für die Trophäe. Wie gesagt, ihr wartet hier einfach erstmal bis das Ganze beginnt. Hier kommen dann so Schießtage raus, normal sollte man jetzt die Roten abschießen, aber es macht wirklich gar keinen Unterschied, ob ihr da irgendwelche Gegner abschießt. Denn wichtig ist einfach hier alle Gegner platt zu machen und wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr danach automatisch die Trophäe, also relativ einfach, ziemlich simpel und ja wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und dann sind wir der Platin schon einen Schritt näher. Alle Guides zu Platin für Dead Space Remake findet ihr natürlich bei mir im Kanal, 100% Guides, damit ihr wirklich alles einsammelt, alle Sammelobjekte, Audios, Nebenmissionen und so weiter findet ihr alles im Kanal, also checkt das gerne mal ab, lasst ein Däumchen hoch und ein Abo da, damit ihr nichts verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Euch viel Spaß mit der Trophäe, vergesst nicht die Spinde zu öffnen und ich sag mal, bis denn, macht's gut, adios und ciao ciao.